Dann bist du ja so ein bisschen reingemusst von der Spur runter drauf und dann hast du dann auch wieder direkt mal einen Spur. Wenn du die Abfahrtsprung wieder fährst, soll ich gleich links sein. Direkt nach links auf links auf links auf links auf links auf links auf. Okay, dann bist du wieder raus. Ich weiß nicht, wie du da bist. Ja, macht ja dieses Spur. Wird mal die Straßenkarte gucken mal. Und nächstes Mal ausprobieren. Boi, boi, boi. Ja, vielen Dank. Das war jetzt, glaube ich, jetzt in den Armen totale Scheiße gefahren. Da bin ich bis mal die Erbenheimacht gefahren. Einmal komplett durch die Kasse. Ich hatte eine Warnung von Olli und so. Ja, das kann nicht richtig sein. Und jeder Ausdruck hier von, äh, Bei uns,also wenn du überlegst, kannst du den Outlook vergessen haben. Dann musst du ja 30ern seit 6ern wie jetzt im Auto fahren. Ja, du musst nur schon so spüren. Bei uns, wenn du schon bist. Und dann wird diese Nachricht sein. Ja, jetzt müsste ich jetzt mit einer komischen Bezeichnung, dann fahrten sie auf die LED 530er. Und dann hat nichts da-hört, Alter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gibt noch eine Minute